Here we go! Mitarbeiter, okay. Okay. Es liegt also am Mitarbeiter. Gut. Na dann, Kumpel. Nicht einkaufen. Essen. So, du bist zu schlecht, meiner... Nash. Meine Leute sagen, Twitch sagt, du bist zu schlecht. Oh, sehr gut, Frau Leinblüte. Danke. Danke der Nachfrage. Ich freue mich, dass du da bist. Es geht mir besser. Äh, okay, ich bin grün. Pass. Zieh da noch irgendwas rein, Bro. So, Nash. Boah, ich dachte, ein Mitarbeiter mit einem einen Computer zu haben, sei exzellente Idee. Ich wollte mehr, viel mehr. Der Wunsch, mein eigenes YouTube-Team zusammenzustellen, wurde immer größer und entschied mich dazu, ein neues Zuhause zu suchen. Alter, nee. Auf keinen Fall. Ich bin viel zu inkonsistent, was das Geld angeht. Ich kann mir keinesfalls jetzt ein neues Haus nehmen. Nash, Alter, was ist los mit dir? Profil ansehen? Warum? Kann der nicht mehr? Nash, kannst du nicht mehr tun? Ich krieg den Typen nicht angewählt. Jetzt, Nash. Leute, soll ich den feuern oder was? Soll ich den feuern? Sagt mir was. Der Typ ist scheinlich... Weiß ich auch nicht. Ich nehm mal was auf mit Aurora. Aber, also solange ich nicht unter Kontrolle habe, wie viel Geld ich einnehme und das regelmäßig und dass endlich dieses Wut-Symbol bei meinen Abonnenten hochgeht. Also, wieder die Mundwinkel meine ich nach oben gehen. So lange will ich eigentlich nicht umziehen. Das ist alles viel zu random hier. Ich soll ihn feuern. Okay. Gut. Okay, ich feuere den Lappen. Feuere ihn. Ja, ist gut, Leute. Der Typ wird gleich gefeuert. Alles klar. Ich bin ja ein harter Boss. Junge, du tanzt hier nur in meiner Scheißwohnung. Du machst einen Scheißdreck. Verpiss dich. Das sage ich ihm gleich. So, ich sage Twitch-Chat, wollt ihr dich feuern? Ganz einfach läuft das hier. So. Oh, für 11. Ne, das riskiere ich mal nicht. Yes. Okay, doppelt. Gut, gut, gut. Äh, komm, hier nehm mal einen 10er. Boom. Feuer den Tänzer. Feuer den Idioten. Okay. Ähm, naja, hier. Genau so. Jawohl. So, okay. Ich muss mich noch ein bisschen beeilen hier. Komm. Rechner schon wieder kaputt? Hallo? Der ist bei jedem, auch bei jeder Aufnahme kaputt? What? Oh, schaut mal, das Abonnentensymbol ist ein wenig freundlicher geworden. Sehr cool. Oh, das Panda-Orakel ist auch dabei. Äh, nice. Okay, ähm. So, deine Verbindungen haben sich verraten. Tja, da bin ich ja... Böse? Yes. Okay, geil. Geil. Äh, zack. Das wird ein gutes Video, Freunde. Das wird ein ziemlich gutes Video. Okay, das kann ich nicht machen. Ich warte mal noch. Ich warte mal noch. Grüß dich, Michi. Hi. Dein Mitarbeiter ist gut im Tanzen, aber in dem Video ist scheiße. Ja, da hast du recht. Das stimmt. Das stimmt. Okay, ich warte mal auf die nächste Karte. Und hoffentlich dann noch eine passende. Ein gutes Ende. Keine. Alter, das ist so zum Kosten, diese Karten, ey. Ich. Computer ist kaputt. Jawohl. Herrlich. Ersetzen? Ach, hast du eine Macke oder was? Parieren, Junge. Nichts ersetzen. Jetzt kommt dir der Typ, ne? Ja, da ist er. Okay, alles klar. Ähm. Ja, was machen wir jetzt? Meine Abonnenten gehen runter. Leute, was soll ich tun? Kaufen einen neuen PC? PC? Nein? Ja, der ist neu. Der ist neu, der PC. Den habe ich im letzten Part, der noch nicht auf YouTube ist, habe ich den gekauft. Für teures Geld. 800 oder so. Den kaufe ich doch jetzt nicht noch ein. Der muss mir erstmal Dienste erweisen. Der geht ja ständig kaputt, ey. Okay, machen wir mal das doppel hoch. Haben wir doppel unten? Nein. Das heißt, das fällt weg. Es ist aber doppelt. Klasse. Oh, crap, ey. Ich habe dreimal doppelt unten. Aber nicht einmal, was mit unten startet. Okay, weg. Haben wir noch was anderes. Oh, das ist doch so scheiße. Okay, nehmen wir das. Unten gibt's nicht. Geil. Nehmen wir das. Nehmen wir das. Nehmen wir... Ende habe ich ja auch nicht. Aha. Ein Ende habe ich ja auch nicht. Okay, nehmen wir das. So. Ton. Zack, zack. Zack. Aber es ist nicht so schlecht. Ja, ist ein neuer Rekord. Auf jeden Fall. Prinz, bitte beherrsch dich mal mit deinen Kraftausdrücken. Man kann schon mal Scheiße sagen, aber Feuer das Arschloch muss einfach nicht sein. Reiß dich zusammen, sonst packen wir den Bannhammer aus. Da habe ich keinen Bock drauf. So, jetzt sagt mir doch mal Leute, was soll ich tun, damit meine Abonnentenanzahl steigt? Damit der böse rote Smiley weg geht. Was tue ich falsch? Okay, Panda, muss noch ein paar Parts aufnehmen. Geil, Mann, ich wünsche dir viel Spaß. Aber danke, dass du da bist. Also, auf jeden Fall für die Zeit, in der du noch da bist, meine ich. So. Mach mal mehr Videos und wieder, weshalb die kommen bei uns sehr gut an. Äh, ja, darum stream ich ja auch, Lefifo. Darum stream ich ja auch. Hm, du kannst es ja nicht ausziehen? Im Spiel? Oder was? Clash Royale in YouTubers live kaufen. Ja, das wäre vielleicht eine Option, wa? Das wäre doch mal was. So, Nash. Du Null. Äh, ich esse noch was, dann bin ich sowas von vollgepumpt. Dann kann es nochmal losgehen. So, du Null. Feuern. Feuerst du mich? Yep. Hau ab. Yeah, er freut sich. Oh nein, er ist traurig. So, und jetzt hau ab aus meiner scheiß Wohnung. Hau ab. Zu teuer. Zu schlecht. Gemeinschaftsprojekt. Ich mache einfach eins nach dem anderen. Einfach eins nach dem anderen. Man muss Opfer bringen, ja. Irgendeine gescheite Designerin. Also, vor allem Blüte. Kennst du da jemanden? Kennst du da eine gescheite Designerin, vor allem Blüte? Mir fällt jetzt spontan, also, weiß nicht. Ich kenne jetzt erstmal keinen, der mir, der mir gute Thumbs machen könnte. Aber, vor allem Blüte, du kannst mir da vielleicht Kontakte vermitteln oder so. Hier, komm. Richtig. Aurora packt das nicht. Nee. Nee, also, Designs wahrscheinlich nicht. Aber mit ihr kann ich immerhin gut aufnehmen. Okay. Ähm. Oh, hier, komm mal, man. Elber hier, eine Elberkarte. Fuck you. Fuck you selbst. Aber, aber, fuck you, ich sag's liebevoll, ja. Fuck you selbst, aber liebevoll. Okay, das. Was? Antworten, Thaus. Was hast du gesagt? Willst du mir nicht antworten? Doch, gerne. Worum geht's? Ich kann nur manchmal nicht alles lesen, weißt du? Okay, haben wir eine Karte, ja. Oh, hier, komm, eine Elberkarte. Das wird ein Bombenvideo. So. Eine Böse, eine Zehner? Nee, komm, wir nehmen eine Vierer. Ich hab das Gefühl, ich muss mehr, viel, viel mehr Videos machen, dass meine Abonnenten mal ansatzweise nach oben gehen. Aber, wie denn? Wie denn? Ich kann, das dauert ja nun mal alles. Ja, wieder keine Karte, Mann, ey. Das dauert ja, Mann, alles, nur mal seine Zeit hier. Wieder. Ah, doch, doch, doch. Das dauert alles seine Zeit hier. Videos produzieren, hochladen, bla. Was soll ich anders machen? Ich hab keine Ahnung. Kannst du meinen Tipp bezüglich Aurora anwenden? South, was war dein Tipp? Sag noch mal, bitte. Was war dein Tipp? Mit Aurora. Sag's mir. Oh, ein Dual-Video. Für 600? Nintendo Sea? Okay. Okay. Machen wir mal. Machen wir mal. Ich glaube, ich hab keine Nintendo Sea, aber wir werden es schon finden. So, Doppel oben. Oben, oben, unten haben wir, haben wir. Okay, dann nehmen wir die Karte. Wir haben hoch, runter, nach Doppel oben. Wir haben Doppel oben, Doppel oben nicht. Okay. Okay. PC ist schon wieder kaputt. Das ist ja der Hammer. Wahnsinn. Wahnsinn. Okay, nehmen wir die. Und das passt mal wieder alles gar nicht zusammen hier. Das passt höchstens noch mit dem. Sowas hier schlage ich jetzt mal vor. Ist nicht so geil, aber ist okay. Grün. Zack. Rendern. Neuer Rekord. Level, Level, Level. Hochladen. Und reparieren. Alter, bei jedem Part muss ich das Ding reparieren. Hammer hart, ey. Achso. Ne, Saus. Das will ich nicht machen. Ich will meine Aurora dafür nicht so verwerten. Verwerten, verwenden. Okay, ich gehe ganz schnell schlafen, damit wir für die Verdienstwirklichkeit ausgeruht sind. Vor dem 27. Das sind noch vier Tage. Einmal ersetzen. Alter, ich hab den erst. Der ist brandneu, der PC. Der ist brandneu. Wirklich? Der ist brandneu, der Rechner. Die kann ich jetzt nicht ersetzen. Essen. Ich gab gerade richtig gut Kohle, ne? Ich bewerbe das Teil jetzt. Wer weiß, was mir das bringt. Oh, Aurora, ich kann nicht. Scheiße, wieder weg. Das ist der Hammer. Ich. Man muss immer zustimmen, was die Frau will. Sonst ist sie direkt Feierabend. Direkt weg. Okay. Öffnen. Hier ist unser Dingsbums. Unser, ähm, Auftrag. Wo ist Aurora? Hä? Hä? Wo ist der? Hier. Duel. Und zwar von... War das das? Ne. Doch. Sie. Ja, genau, genau. Feuer. So, was ist los jetzt hier? Was ist hier los? Spielzeuggeschirr, Blu-Zau-Defense, Rollsterpeed. Ja. Tue ich, Leeroy. Stereo. Fortsetzen. Ähm. Also, wenn du noch vorst, ja, zu spielen, würde ich ein 60er-Karten-Vonier sponsoren. Äh, also erstmal nicht Friday. Ohne Witz. Ja, sehr, 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 sehr nett. Wirklich unheimlich nett. Aber erstmal nicht. Okay, ich muss mich erstmal kurz konzentrieren, bis ich das hier fertig hab. Sekunde, ich les das mal gleich alles nach. Ich will nur diesen Auftrag noch fertig haben. Und hier noch ein bisschen Kohle reinkommen. Alter, dieses Scheiß-Abonnet, diese Golda, das Rote. Ich bin jetzt auch die Eier. Dass ich dauerhaft negativ bin. Was ist das denn? Wieso bin ich dauerhaft hier negativ? Ich kann doch nicht mehr machen, als Videos zu produzieren, die 350.000 Aufrufe haben oder so. Was soll ich tun? Was soll ich tun? Wenn du auf eine Party ins Kinnest. Geht keine Zeit verloren. Was? Echt? Es geht keine Zeit verloren? Ah. Okay. Das ist natürlich was anderes. Dann kann ich natürlich immer mit ihr ins Kino gehen. Ich dachte, die Zeit geht verloren. Und dass ich zum Beispiel das Auftragsvideo nicht rechtzeitig schaffe. Ja, das ist natürlich ein Bombentipp. Danke, Mann. Ah. Ja, nice, Mann. Das ist ja richtig gut zu wissen. Das heißt, ich brauche meinen Aurora nicht mehr links liegen lassen, wenn ich ins Kino will. Das ist super zu wissen. Okay, hier hat eine Zwölfer-Karte. Aber das sieht ja richtig geil aus bisher. Ähm. Vierer. Und sogar noch ein Auto. Leute, das passt ja bombig hier. Hm. Keine Ahnung. Ja, was haben wir weniger? Das hier. Okay. Das sieht ja richtig nice aus. Ähm. Okay. Weiter geht's. Rechner kaputt oder was? Nein. Ist er nicht. Oh. Jetzt müssen wir mich aber beeilen. Vor dem... Wann soll das kommen? Vor dem 28? Na komm, ich beeile mich einfach. Okay. Ein oben, ein oben. Doppel unten, doppel unten, doppel unten. Doppel unten. Zu... Ein unten. Ja, kann man machen. Nehmen wir den. Ein unten. Ein unten. Ah, Mann ey. Nix Gutes hier. Ah, okay. Nehmen wir das. Nehmen wir das. Nehmen wir. Scheiße. Ist nix Gutes da. So. So. Nicht so hübsch, aber... Warte mal. Boah, komm, wir hauen ja richtig auf die Kacke hier. So. Oh, nie wieder. Geil. Werbungsvorschlag nicht geschafft. Wie denn, Alter? Will der mich verarschen? Ich hab mich doch jetzt echt beeilt. Das ist so nervig, ey. Wozu mach ich die Scheiße echt? Das ist doch bescheuert, Junge. Das ist so bescheuert. Mach halt gleich das nächste. Ich hab keine Ahnung. Das ist nicht wahr, ey. Okay, ich mach mal ganz kurz Pause, Freunde. Ich will mal kurz ein bisschen lesen hier. Das Spiel ist natürlich, ähm... Nicht, ähm... Dafür geeignet, um simultan mit euch zu agieren, weil... Da dummerweise Zeit vergeht, ne? Da muss ich mal kurz Pause machen. Und? Da muss ich noch kurz gehen.